Ach guck mal, guck mal, ach schade, kleiner großer Bruder, Geschwisterliebe, da sind zwei Autos. Schilder, schudde, 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 schudde. Was geht denn bei dir mit der Zunge? Was geht denn bei dir? Das Volk ist aber... Hey! Mach Platz! Lug! 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 Hey! Lug! Lug! Mach Platz! Komm her, mach Platz! Mach Platz! Mach Platz! Lug! 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 Hey, Jumann! Deine Ohren stehen auf East Side! East Side! Lug! 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 ein tag mit den hunden sexy bosen posen ja mann kann seine arbeit schneid es aus und klebe es auf die arme das geht gar nicht dein vater der war übernommen guck mal wieder ey ihr süßen beißt ihr den arsch im bursch Boah, der mit seinem Schwanz, ey. Ich schwöre, der haut den mir noch in die Fresse. Ah! 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 Kameraden greifen nah. Die greifen die Kameraden. Ey, Schröder weiß mal gerne das Handy rein. Schröder! Ja, Schröder, sagst du mir ja früh. Schröder! Guck mal. Guck mal. Schrödi! Er mag dein Handy. Ey, das ist unfair. Schröder, guck mal hier. Hier, du. Hundesauber. Ich bin eine Sonnenblume. Das wäre ja jetzt wohl ein Witz. Miau. Die ist reingekommen. Jeder hat das... Weah! Getroffen! Ja. Brrr. Brr. Es ist aber fliegt durch die Luft, ey. Brr. ich habe ich mein auge rote die seite ohren sind grad voll geil achten flug op Oh, oh, Rückzug. Was filmst du mit deinem Knie, ey? Ich kann doch dein Knie filmen. Ich bin ein Gangebot. Guck mal, der will ihm voll ins Bein beißen. Ey, das hätten wir mal filmen müssen, wo der Flug einen Schwanz gebissen hatte. Die hat so rumgerannt. Ein Hund. Zwei. Oh, jetzt soll die auch noch ficken. Oh, Flug, du schwule Sau, ey. Ah, Flug! Ah, Schröder! Du bist mir zu nah. Ih, der Schröder hat dem einen gelutscht, ey. Ich muss beim Spielchen machen. Okay, das stelle ich eindeutig ran. Hehehehe. Hehehehe. Hehehe. 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 Karate. Ich bin da sein Schwanzi-Dom. Oh, ey. Ich zieh dich an die Klöten, Junge. Das war auf Deutsch. Wenn das der Herr Träger weiß, ey. Hehehe. Was war denn das jetzt? Das war eine Mücke. Wenn das der Herr Träger weiß. Ja. Krass. Ach so, Deutsch. Schwach. Jetzt. Jetzt hab ich's g'checkt. Host me! Ah! Die liegen... Ah, mein Fuß! Okay. Host me, Freund! Host me! Ja. Ja. Los. Steig in. Jetzt gibt's nochmal... Das ist aber eine geile Stellung. Steckung. Steckung. Ja, Steckung. Steckung vielleicht auch. Aber ihr könnt das gar nicht im Normalen machen, weil ihr ja zwei Männer seid. Das geht schon. Schwulen-Säue, ey. Penis am Penis! Ah! Ihr Schwulen-Säue! Ah, flug, du schwule Sau! Die war auch geil, die Stellung. Prost, ihr Säcke! Prost, du Sack! Was? Los, komm her zu mir! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Oh, der hat mir voll die Kopfnuss gegeben! Weiter so! Weiter so! Komm her! Der hat mir kräftOOlξ! Komm her! ашja ging her! Der hat eine Kamera! Kamera! Der ist hier! Komm her! Komm her! Komm her! Das sieht so komisch aus. In die Naschö. In die Naschö. In die Naschö. Fuck der Power, der Power, der Power. mann 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 das gibt lang